Oha! Können wir die Tentakten aktivieren? Das ist es nicht, was sie... Das ist es... Tja... Das ist es... Weichet! Kasims Arme scheinen sich von den geweihten Relikten nicht beirren zu lassen. Das ist es... Tja... Ich komme nicht ran. Dann kommen wir da jetzt links. Tja... Zurück in Tum 1... Der Turm ist nun... Wir können... Wir können... Wir können... Ah ja... Aha! Der Kraftfeld... Wird schwächer... Wird schwächer... Oh... Besser... Ihr kommt ihnen nicht zu nahe. Wir stehen auf dem... Wir stehen auf dem... Nach oben... Nach der U-Saison... Nach der U-Saison... Nach der U-Saison... Schöner Ausblick... Die Tage... Vielleicht können wir mal bitte durch... Erst muss ich Kasims Schild zerstören... Okay... Das sehe ich ein... Ich komme da unten durch... Und das Ding... Deaktivieren... Ja... Kasims Anwesenheit schwächt mich... Ihr müsst den Kristall... Mit euren eigenen Händen... Berühren... Besser... Ihr kommt ihn nicht... Ja... Okay... Sie wachsen sofort wieder... Vorhin ging das noch... Tja... Sie wachsen sofort wieder... Sie wachsen sofort wieder... Sie wachsen sofort... Sie wachsen sofort wieder... Ich werde es euch allen zeigen... Ich werde die... Das ist nicht magisch genug? Tja Das ist natürlich blöd, weil die nicht weiterkommen Das ist natürlich blöd, weil die nicht weiterkommen Kümmert euch erst um die kleinen Kristalle. Erst wenn sein Schild weit genug schlecht ist, erreicht ihr den Großen Okay, dann kommen wir nach hinten und dann kommen wir nach oben Dann müssen die noch unten Ja, aber wie, wenn wir die Sachen nicht zerstören könnten Ich komme nicht nah genug, Herr Kasims Arme sind ekelerregend Ah, hä? Tja Ich würde mal sagen, ich habe keinen Plan Mal wieder Das ist Brücke 1 Das hilft uns auch nicht weiter Ja Das ist aber hier Erst muss ich Kasi Mhm Hm Aber wieder Das gefällt mir nicht Sie wachsen sofort wieder zusammen Mein Zauber wird nicht Ich sind jetzt keine Pflanzen Ja, also Sie wachsen so Was kann der durch eigentlich? Es gibt bestimmt Das lässt sich Es ist kaum noch Ich darf jetzt nicht Ähm Und jetzt Und jetzt Und jetzt Wir können ja hier in Turm 1 Und jetzt Die Kastele können wir aktivieren Und da kommen wir nicht Wir kommen da nicht rüber Es gibt bestimmt Dann sind wir zu weit unten Dann sind wir zu weit unten Dann kommen wir nicht Der Turm ist nur Sie wachsen so Tja Sie kommen wir jetzt auch nicht Sie kommen wir jetzt auch nicht durch Ich Liebe Christa Vielleicht können wir den benutzen Er ist nun wieder wach und ob Ja, es ist nicht gut Der Turm ist nun Tja Tja Watt, 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 watt Warten Nee, kann man nicht Was Verdammt Solange ihr den Kristall mit eurer Hand So Der Turm ist nun wieder unten Der Turm ist unten Der Turm ist unten Sehr schön Mhm Wenn ich auf den Kristall einschlage löst er sich vielleicht Aber genauso gut könnte er auch zerbrechen Wenn ich auf den Kristall Lass uns sehen Ähm Der Gürtel hat den Kristall vom Podest gerissen Er fliegt nun nicht mehr nach oben Ähm Okay Und Da sind wir jetzt zu helfen Der Turm ist nun wieder Der Turm ist nun wieder Ich komme nicht nach Kassims ab Rund zum Hänker. Tja, ähm. Ideen. Tja, ähm. Tja, ähm. Tja, ähm. Tja, ähm. Tja, ähm. Tja. Er hängt zu weit oben um ihn mit irgendetwas. Tja. Tja. Tja, ich bin auf der Falsch... Tja, kann man das Werfen oder... Tja, kann man damit... Tja, kann man den Kopf werfen, ich glaube. wenn es anders nicht geht aha da muss man mal drauf kommen jetzt werden wir hier schon drehen auf äh er ist in meinem kopf hat dich deine vergangenheit etwa eingeholt lasst euch nicht verwirren es ist nur ein spiel eine finstere illusion um euch zu brechen nichts davon ist wirklich versucht euch darauf zu besinnen was ihr wirklich seht und der trug wird verschwinden aha jetzt sind wir hier er ist genau außer reich ich muss ihn irgendwie ich kann mir fehlt die vision es gibt bestimmt mir fehlt die vision ja tsch 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 und was im inventar der zauberweg der zauberweg ok ok und wo was soll das bringen können wir den gerufen diese seltsamen tentakel fühlen sich zu den schwebestein hingezogen besser ich komme ihn nicht zu nahe solange ich ein wachen bei mir trage ich rate euch davon ab den kristall hier die arme würden sofort hochschnellen und euch zerreißen wäre auch mal lustig ähm tsch ja ich habe alles auf können es wurde was ist das Da unten ein Dürtel... ich glaube den brauchen wir noch mach mal besser und jetzt geht's kaputt das wird niemals der turm ist nun wieder oben vielleicht ist es leider nicht abhängig aber ja nun fangt das wäre geschafft sie kommen wir hier rüber das bringt uns jetzt zu was genau sie dann können die kam auch anders rein hier waren wir schon seit jetzt was prüfen das ding los ok es ist nur eine illusion sagt was wirklich an dieser stelle steht hier ist nichts fangt der acht du scheiße rüstung gefüllt ach du schande ich glaube da hier stand immer eine statu eine statu ok hier steht nichts ok hier ist wahrscheinlich immer die 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 rüstung stand hier oder was eine rüstung hier steht ein schild an dieser stelle ist ein fackelhalter hier ist ich weiß es die objekte in den kammern sind nach einer bestimmten logik angeordnet worden seht euch die anderen räume genau an vielleicht könnt ihr ok hier haben wir fackelhalter hier haben wir eine rüstung hier haben wir eine statue hier haben wir ein schild zwei, drei, vier, fünf ok lehrer, lehrer, statue, rüstung, schild, fackelhalter hier steht statue, rüstung, schild hier steht nichts hier ist statue eine stadt hier steht hier ist rüstung eine rüstung an dieser stelle steht ein schild ein schild hier ist ein fackelhalter ein fackelhalter oder auch nicht wahrscheinlich müssen wir es nach der einfolge deswegen sind die auch jetzt so verbunden hier steht ok dann haben wir eins, drei, vier, fünf das heißt beim ersten haben wir die notizen hier gerade mal eben aber vielleicht nicht schlecht fackelhalter schild Rüstung Nix Statue Ok, das ist der erste Raum Schau mal hier, während ich mir das aufschreibe Aber es ist ja legitim So eine Fackel Statue Schild Das ist die Rüstung Fackel, Rüstung, Schild Statue Nix Die Rüstung Das Schild Und die Fackelhalter Also dann versuchen wir es mal Du bist eine Fackel Hier steht Fackelhalter Ein Fackelhalter Hier ist Ein Schild Ein Schild Hier steht Du bist Eine Rüstung Du bist An dieser Stelle ist Nischt Nichts Und du bist eine Statue Hier ist Eine Statue Ok, nichts passiert Und dann mal weiter Hier steht Ein Fackelhalter Ein Fackelhalter Hier ist Eine Rüstung Eine Rüstung Hier steht Das Schild Ein Schild Ein Schild An dieser Stelle ist Statue Eine Statue Hier ist Hier ist Nichts Hier steht Nichts Hier ist Eine Rüstung Eine Rüstung An dieser Stelle ist Das Schild Ein Schild Hier ist Ein Fackelhalter Und nun Es war exakt Die Reihenfolge Die Reihenfolge Verstehe ich Jetzt nicht Wie genau das Das war genau Die Reihenfolge Eins, Zwei, Drei Nacheinander Hm Hつ In In wir Ferat Es Da Es Hier steht ein Fackelhalter. Hier ist eine Rüstung. Hier steht eine Statue. An dieser Stelle ist ein Schild. Hier ist nichts. Wie ist das die Lösung? Ich bin es echt nicht. Wir hatten die Lösung von Fackelhalter, Rüstung, Statue, Schild und leere Säule. Das heißt, die drei Räume georten. Turm 1, 2 Fackel, Schild, Rüstung, Nix, Statue. Turm 2 Fackel, Rüstung, Schild, Statue, Nix. Turm 3 Nix, Statue, Rüstung, Schild, Fackelhalter. Die Lösung war am Ende. Fackelhalter, Rüstung, Statue, Schild und Nix. Ja, ich habe jetzt geschummelt und die Komplettlosung genommen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es versteht. Was ist damit? Okay. Was ist damit jetzt auch die Lösung? Warum das jetzt die Lösung war? Okay. Hier kommen wir jetzt unten lang. Als ihr den Kristall oben gelöscht habt, ist der Turm eine Ebene herabgesackt. Der Ausgang ist nun versperrt. Aha. Es wird uns jetzt nicht wirklich was. Das ist noch ein Kristall. Bis zum nächsten Mal.